Was ist Quellcode? Der Quellcode bezieht sich auf die Programmiersprache, mit der ein Programm geschrieben wird. Es gibt hunderte, wenn nicht tausende von Programmiersprachen, einschließlich C++, Java und Onyx. Häufig wird auf den Quellcode von Websites verwiesen, DH die Programmierung erfolgt in HTML und möglicherweise in Java. In den meisten Internetprofesern besteht die Möglichkeit, eine Internetseite im Quellcode-Format anzuzeigen. Dies ist für Leute, die lernen, in HTML zu programmieren, sehr hilfreich, da sie damit herausfinden können, wie man eine Tabelle erstellt, eine Liste erstellt oder einen Hyperlink erstellt. Die Benutzer verwenden häufig die Programmierung von Websites, die sie mögen, um ein ähnliches Erscheinungsbild wie die von ihnen erstellte Seite zu erzielen. Während es in Ordnung ist, Quellcode zu verwenden, um verschiedene Dinge wie Tabellen, Spalten oder Separationen auf einer Website zu erstellen, ist es wichtig, keine Grafiken zu kopieren, die von anderen Websites stammen, es sei denn, sie können frei verwendet werden. Dies würde unter die Überschrift Internetplagiat fallen und könnte zu Problemen für die neue Website führen. In HTML kann der Quellcode von Text und Bildern unterschieden werden, da Code-Anweisungen fast immer im Format eingeleitet werden. Wenn man den Quellcode dieser Seite ansieht, merkt man, dass das obige fette Wortviews von Code umgeben ist. Dies liegt daran, dass HTML diese Informationen benötigt, um das Wort fett darzustellen. Bei der Anzeige des Quellcodes ist zu beachten, dass alle Hyperlinks von bestimmten Anweisungen umgeben sind. Jeder Absatz beginnt und endet mit, was Absatz bedeutet um ein Wort kursiv zu schreiben, wird das Wort zwischen und gesetzt. Häufig bedeutet das Komma, dass ein bestimmter Befehlssatz beendet wird. Beachten Sie, dass viele Textverarbeitungsprogramme möglicherweise nicht zum Schreiben von HTML geeignet sind. Viele erkennen einige der verwendeten Symbole wie Anführungszeichen nicht. Oft kann man kostenlose Programme erhalten, mit denen der Benutzer Quellcode schreiben kann, der einfach auf einer Internetseite hochgeladen werden kann. Außerdem sind viele Website-Programmierprogramme käuflich zu erwerben, so dass möglicherweise kein Code mehr erforderlich ist.